In welchen Bereichen arbeitet die Schweiz mit der Europäischen Union zusammen? Die Schweiz ist kein Mitglied der EU. Sie liegt aber mitten in Europa, ist von EU-Mitgliedsstaaten umgeben und sie arbeitet in verschiedenen Bereichen mit der EU zusammen. Dafür hat sie mit der EU zahlreiche Verträge abgeschlossen. Diese Verträge regeln die Zusammenarbeit unter anderem in den Bereichen Wirtschaft, Forschung und Bildung, Politik sowie Kultur. Über die Hälfte der Produkte, welche Schweizer Unternehmen im Ausland verkaufen, verkaufen sie in der EU. Im Bereich Wirtschaft hat die Schweiz darum vor allem Abkommen, die diesen Handel regeln. Dafür werden beispielsweise Vorschriften, wie ein Produkt produziert oder verpackt werden muss, vereinheitlicht. Wegen diesen gleichen Vorschriften darf beispielsweise ein Handy, das man in der EU verkaufen darf, auch in der Schweiz verkauft werden. Im Bereich der Forschung und Bildung fördert die EU europaweite wissenschaftliche Projekte. Durch Verträge kann die Schweiz an solchen EU-Forschungsprojekten teilnehmen. Zudem war die Schweiz bis vor kurzem an Erasmus beteiligt. Es ist nicht klar, ob die Schweiz weiterhin an Erasmus teilnehmen kann. Erasmus erleichtert es, Schülern und Studenten ein Austauschsemester in Europa zu machen. Ein Beispiel für die politische Zusammenarbeit mit der EU ist das Schengen-Abkommen. Dank diesem gibt es zwischen den Schengen-Staaten keine Passkontrolle mehr. Dafür arbeiten die Polizei und die Justiz europaweit vermehrt zusammen. So haben sie beispielsweise ein gemeinsames Informationssystem, das unter anderem bei Fahndungen die Zusammenarbeit erleichtert. Schließlich arbeitet die Schweiz auch in gesellschaftlichen und kulturellen Fragen mit der EU zusammen. Sie war zum Beispiel Teil eines EU-Filmförderungsprogramms, das Filme fördert, die in Europa produziert werden. Zudem gibt es in den Grenzregionen verschiedene gesellschaftliche Zusammenarbeit. So haben die Schweizer Stadt Kreuzlingen und die deutsche Stadt Konstanz einen gemeinsamen Eishockey-Club. In letzter Zeit, insbesondere seit der Annahme der Masseneinwanderungsinitiative, sind sich die Schweiz und die EU in verschiedenen Themen uneinig. In gewissen Bereichen wurde darum die Zusammenarbeit beendet oder Verhandlungen abgebrochen. Über die zukünftigen Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU wird darum aktuell stark diskutiert. Diskutiert wird unter anderem, wie stark in Zukunft die Zusammenarbeit sein soll. Können weitere Verträge in neuen Bereichen abgeschlossen werden? Müssen gewisse Verträge gekündigt werden? Ebenfalls diskutiert wird, wie die Schweiz in Zukunft mit der EU zusammenarbeiten soll. Wie bisher? Oder braucht es neue Formen? Was ist deine Meinung? Diskutiere das Thema mit deinen Freunden. Informiere dich genauer über die verschiedenen Bereiche. Erfahre im Easy Vote Clip die Schweiz und die EU mehr über die verschiedenen Positionen zu diesem Thema.